So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe. Wir sind diesmal zu zweit. Wir spielen gegen zwei Brutale auf der Map Nördliche Höhen. In der Tat. Mit unseren Staradeinstellungen, wie immer, tausend Rohden, Anfangsrohstoffe 2x. Ja, und eigene Helden. Ganz wichtig. Warum nicht? Schau mal, sehr hügelig wird's wahrscheinlich sein. Hm... Warum auch sonst? Ja, schau mal, wie die Karte ausschaut. Angmar Isengard gegen... keine Ahnung. Sag mal. Wahrscheinlich auch Angmar Isengard. Hö, hö, hö. Hm. Na gut. Zack. Sieh der mal wieder mich. Sehr viel Wald! Dort ist stark! Ich bringe Angmar Steine an! Bringt dir bloß nix, gell? Wir warten auf euch, ihr faulen Maden! Na gut. Ansonsten... Glaub ich... Ja, in der Mitte haben wir ein... Ich glaube... Gasthaus. Weil du kannst doch beschweren. Schaut zumindest so aus. Unser neues Gebäude ist fertig! Park für den Hexenkönig! Das Gebäude ist fertig! Das Gebäude ist verankert und Eisen! Wir bauen für die Eisenkrone! Ich bin schon unterwegs! Geht's? Mach... Mach... Hau! Ja, ich hab noch genau ein Rohstoff. Hihi. Jetzt nicht mehr... Geht's, stein! Hmhm. 23, du hast 22 und... Hm? Ja, du hast mehr Platz irgendwie, sag ich grade, wenn du was baust. Kann sein. Hm? Ich habe unten nicht so viel Platz, wie es ausschaut. Die ist ja abgeschnitten. Schau. Irgendwie schon. Oh, das schaut nur so aus. Aber du halt nach oben auch. Logisch. Züchten wir Urugs. Ach, das ist reichert eigentlich. Erstmal eine Truppe. Ich habe noch nichts. Nichts. So, noch eine. Ruhig. So. Oh, das dürfte bald kommen. Ja. Wenn er meint. Ich baue, glaube ich, hier noch was hin. Äh, was mache ich jetzt? Ich habe den Hexenbräcke mit der Stimme des Körpers. Ich habe keine Ruhe drauf. Oh, kein Krieger. Genau, der ist gut. Ich habe schon zwei. Ich habe noch keine. Jetzt halb ich da. Wie bleibt der denn? Ja, mit denen. Ha? Die sind scheiße, die Ambuss-Schützen. Aber viel Reichweite. Äh, ja, das ist das Einzige. Wir haben unsere Befehle. Fahne! Äh. Soll mal reichen für den Anfang. Pass mal auf. So. Ah, bei mir kommt er. Gelb. Menschen. Ich helfe da mal. Usch. Und Ork. Ich komme. Das kann doch nicht wahr sein. Der kommt sogar jetzt schon mit zum Sch... Ich war halb toll. Ich weiß. Die sind böse wie den Anfang. Geh du auf die Landsträger. Ich habe da was gegen Schwert. Äh, gegen Schwert. Mann, stell es euch nicht so blöd an. Ganz ehrlich. Die machen ja gar nichts weg. Ja. Die greifen auch nicht scheit an. Das ist eh Bescheid. Wofür hat man überhaupt... Wofür hat man so viele Truppen, wenn ihr die Hälfte nicht angreift? Bei mir dasselbe. Wie du siehst. Ich befehlige die Leibeigenen. Hört ihr zu ihr maßen. So, perfekt. Nicht mal was kaputt gemacht. Ja klar. Kannst du euch da bleiben? Wieso? Weil der wahrscheinlich jetzt nochmal kommen wird. Sag ich doch. Von unten. Ah. Alter. Joa, klar. Der hackt. Als ob der so viele Einheiten haben könnte. Ich räum da mal von unten auch ein bisschen auf. Ja, es ging nicht, oder? Was geht hier? Ja. So wie der jetzt ankam, nicht so sonderlich. Geht gar nichts. Guck mal unten. Das war schon viel. Fand ich. Mach ich jetzt mit denen. Sag da. Ey, 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 ey. Was denn? Ist was? Ja, es ist was. Es war was lustiges. Ah. Schick mal die mal nach. Bringt der nichts. Ja, reit doch noch rein. Ja, voll in meine Scheiße rein. Wo sind die Landsträger? Ja, klar. Wie der auf der Map übertreibt. Es sind immer nur die Maps, was die stark machen. Weiß ich auch nicht. Kommt mir so vor. Stirb doch. Ja, Mann, Mann, Mann. Nichts geschissen. Wahnsinn. Nee, echt nicht. Nein, die macht... Du denkst doch wohl, du machst mir ein zweiter kaputt. Und du schaffst es auch noch fast, weil meine Einheit wieder zu blödsinn über Flügel drüber zu schießen. Aber gute Reichweite. Ähm, da. Mach die Pferde weg. Alter, wie viel Pferde der schickt. Ich hab aber nur erst eine Gruppe auf dem Landsträger. Ja, jetzt mach ich auch mal eine. Warte, die werd ich zurückschieben. Ich mach auch eine. Ich hab keinen Bock. Dass die überlebt. Los. Vorwärts. Hinstellen. Einfach mal nichts machen. Ja, mach das euch gesagt. Wie ihr meint, er wärs, um meine Uhregruppe zu steuern zu müssen, zu können. Ihr macht, was euch gesagt wird. Aber hier kannst du was bauen. So. Ich verliere ein Wort für meinen Helden noch. Hä? Nix. Ich hab meinen Helden. Also gedrückt. Immerhin sind die Uhregruppen stark genug. So, ich bin weg. Oben. Wieso ist das auch noch weiß da? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir haben noch nur zwei Gegner. Ja. Einen gelben. Oder ist einer weiß? Ja. Was sonst? Ich tu da mal was rein. Oh, das hilft. Ja. Aber wenn sind's nur Orks? Ja, die verlieren ja dadurch guten Anteil an Leben. Ach stimmt, drum sind mir die Orks nicht aufgefallen. Äh, eben weil, ja, der bisher nur die Halbtrolle geschickt hat. Genau. Wir sind die Herren der Wälder. Das ist ja auch Ork. Theoretisch. Ja klar, aber... Ach, das braucht's nicht. Was weiß ich da? Ja, aufs letzte. Aufs minimal fitz letzte. Scheißdreck, Wichser. Der Hügel-Troll steht bereit. Ah ne, das braucht's jetzt nicht. Wo sind sie? Da. Wo ist er denn? Da, der Troll ist da. Ja. Kommt er da nicht drüber, oder was? Achso. Wie, aber er kommt drüber, oder was? Ja. Ah, ist ja interessant. Ah ja, klar. Whatever. So, ich mach mal den Cranj-Farm. Mach dat. Wir sind die Herren der Wälder. So. Ist lustig, mit den... Mit den Pfeilen... Äh, mit diesen... Reitern... Äh, mit den Bogenschützen... Reitern... Nutzt er eigentlich so gut, wie nie das über Reiten. Ja, klar nicht. Weil er immer nur so aufdrückt. Lass den Troll da mal durch. Und schon haben sie mir einen Baumeister kaputt gemacht. Hurra! Genau das will ich. So ist schön. Lässt du den Troll da durch? Hoffst du wo Hilfe? So irgendwie... Naja, geht's so. Rein beschwörungstechnisch. Was? Rein beschwörungstechnisch. Scheinbar nicht. Nein. Schade. Huch, da ist was durch. Brauchen wir mal. Greif deinen Säge weg an. Bin ich schon da? Was? Bin schon dran. Der kommt ja von... Das ist eine Frechheit, wie er so mitten immer durchlatscht. Ja, merkst du. Weißt du, immer so durch die Linien durch, wo du gerade... nicht verteidigen kannst, weil du nicht hinkommst. Er ist so weiß und tarnt sich dann auch noch. Huch, was war das? Alter, geht halt noch einen Zentimeter näher hin. Geht da noch was? Steigt ihm schon auf die Füße. Ach so. Ja, das braucht er. Ja gut, da kommt er glaube ich nicht durch, oder? Nee, natürlich nicht. Durch die Einheiten nicht. Der stirbt da, bevor er irgendwas macht. Das ist übelstark. Wir sind unterwegs und zockt. Ja, toll. Wo denn? Alter, wie er sich durchschleicht. Der Humor. Das wird lustig. Ach, schmeiß mir mal nicht unsere Feuerbombe. Okay, kann man auch machen. Wenigstens geht durch die Feuerbombe. Oh, kaputt. Hö, hö. Hä, was war das für eine Verzögerung? Wo ist der? Jetzt machen wir ein Lübnis-Mürzchen. Ah, da ist ein Schatzwächter. Cool. Oh, wo? Kontroll. Wo? Bei dir oben. Dacht ich. Nein, es ist... Ach, der ist von den Orks. Ja, okay. Das ist von Orks. Scheiße. 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 Bleck mir im Arsch. Arz. Die geben gar keine IP. Das lohnt sich gar nicht, da rein zu bäschen. Ja, kaputt mal, musst du trotzdem... Nein. Die, die lohnt sich viel mehr, da rein. Ja, mach mal drauf. Ich will nicht mehr, was machen. Kommst du her? Du, wer gar nicht. So, das ist jetzt gleich kaputt. Wett mal. Mein scheiß Schmelzofen. Nee, ist gar nicht mal. Das Schöne ist, bei Orks, die erste Feuerbombe macht sogar die Orks kaputt. Hm. Cool. Die Schlacht hat begonnen. Ich reich sogar auf einen Standardangriff. Ja, macht's jetzt. Jawoll. Ach. Oh, oh, Arzog. Was sind die Einheiten? Mein Arzog. Sollen wir was beschwören? Aus Gaudi. Ja, wer kriegt denn wieder die scheiß Wargs? Aus Gaudi. Gib ihm. Das ist frech. Hilf mir mal, mein Orks. Ich weiß, dass es nichts bringt, aber ich mach's jetzt trotzdem. Einfach nur ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ähm. Dann ein Kadapult. Jetzt gehen wir mit dem Held, können wir mal weitergehen, oder? Ich werde mal hier gucken, was da kommt. Ich geh mal weiter, ja. Es kommt gar nichts. Okay, dann geh mal vor. Ja, von unten kommt's. Ja. Korrekt. Jetzt hab ich sogar schon drei Lanzenträger. Da komm ich nicht mehr rechts. Es lohnt sich nicht, mit dem Held zurückzulaufen, weil der eh nicht. Der ignoriert. Lauf einfach weiter. Zu langsam. Ich hab nämlich gute, äh, äh, Fähigkeiten jetzt. Kann ich ihn gut bärchen. Ja, wo denn? Lümmel. Oh, das wird lustig. Lauf doch. Jetzt laufen sie ja auseinander. Pimmelberg. Da oben kommen wieder welche. Okay, das bringt jetzt fast nix, aber gut. Oh, ich werde angegriffen. Oh, oh, da kommt ein... Da muss ich mal schnell auf diesen Scheiß... Ge-Gebäcksrissen gehen. Ey, unten. Was denn? Ja, hallo, ich sag, ihr sollt angreifen. Ihr macht nichts. So kenn ich euch. Wo ist der denn? Der nervt. Kommst du weiter mit deinem Held? Bin schon dabei. Wie, du hast mir jetzt gerade eben eine... Alter, Don Anrod. Will der mich verarschen? Legt der gut los hier. Weiter, weiter, weiter. Wir sind weiter. Du läufst falsch. So. Ich kann nicht auf alles achten. Ich bin gerade unten beschäftigt, weil man unten wieder alles einreißt. Ja, dann nimm doch den oberen Gegner, wenn wir schon oben sind, und lauf nicht nach oben. Blut ist da. Alter Drachen. Dein Ernst? Dann machst du dir platt. Bin schon dabei. Aber die verlieren nicht viel Leben durch mich. Das ist das Problem. Kannst du mir helfen? Wobei, die ziehen nicht viel an meinen Held. Ja, ja gut. Scheißegal. Aber ich ziehe auch nicht wirklich viel bei denen, ne? Nichts kann die weiße Hand aufholen. Die verlieren ja gar kein Leben. Ja, dann ignorieren sie mich, oder was? Witzig. Ah, Einheiten. Cool. Ach, das ist der Ork. Ja, da kriege ich ja gar keine EP von. Ja, doch, du machst ja mit einem Schlag viel kaputt, oder? Ja, richtig. Trotzdem kriegt was nichts. Hast du gerade einen Erdachschotterer gemacht? Ja. Ah ja. Drum sind die nicht tot. Ja, die nicht. Aber bald. Aber bald. Husch. Gibt es auch noch EP? Nein. Nein. Das ist doch frech. Ja. Ach, ich dachte schon. Ich hau ihm mal einen Baumeister zu. Ja, unten. Also in der Mitte. Wo? Ja. Bin dran. Ups. Das wollte ich nicht. Ey. Obacht. Hab ich gesagt. Der macht gar nichts. Oder fast nichts. Der nervt mich. Mein Held ist kaputt. Wie? Der hat mir glaube ich mit. Ach, diese scheiß Menschenkrieger. Wieso sind sie von Menschen dabei? Wo denn? Wieso mit den Fakern? Nee. Die mit dem Mundschutz da. Diese, die Türken. Ja. Was meinst du? Ja, die Schleier haben. Haradrim oder was? Nee, die Bogenschützen, die so sch... Die so schwulen Schleier haben. Das ist ein Mensch. Ja, die mein... Ja, ich sag doch. Ja, keine Ahnung. Den haben wir denn alles als Gegner nochmal? Ork und? Hä? Ja. Wiesengard war es. Nee, Ork und Menschen. Ah ja, stimmt. Ja, dann passt's doch. Die mit dem Schleier können ja zum Menschen. Wie schnell stirbt eigentlich Lurz, wenn der Blutbart hat? Dürfte eigentlich nicht schneller sterben. Schneller ist normal. Ich hab den Ork fast. Tu mal wat. Ich mein dat ernst. Nee, das lohnt nicht. Hau mal ab, Digga. Alter, was ist mit ihm jetzt los? Piss dich. Lass mich bloß in Ruhe. Alter, ja klar. Auf einmal kommt so aus dem Nichts einfach da ein Amro Dritter, um meinen Held noch zu töten, ne? Schon klar. Wir, 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 wir kämpfen für die Angst. Ist klar. Ups, achso, ich hab ja keinen Held mehr. Jetzt gibt's aber Gas hier, Waag-Reiter. Hier, ich hab hier noch Einheiten zu überreiten. Jetzt aber raus hier. So. Hehehe. Stell dich jetzt mal dahin. Und lass die Regner reden. Bei dir kommt jetzt ein Gewinn.